Abschnitt 1 von Leutnant Gustl Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Avaie im September 2014 Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler Abschnitt 1 Ach, wie lang wird denn das noch dauern? Ich muss auf die Uhr schauen. Schickt sich wahrscheinlich nicht in einem so ernsten Konzert. Aber wer sieht's denn? Wenn's einer sieht, so passt er gerade so wenig auf wie ich und vor dem brauche ich mich nicht zu genieren. Erst Viertel auf zehn? Mir kommt vor, ich sitz schon drei Stunden in dem Konzert. Ich bin's halt nicht gewohnt. Und was ist es denn eigentlich? Ich muss das Programm anschauen. Ja richtig, Oratorium. Ich hab gemeint, Messe. Solche Sachen gehören doch nur in die Kirche. Die Kirche hat auch das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann. Ach, wenn ich wenigstens einen Exiz hätte. Also, Geduld, Geduld, auch Oratorien nehmen ein End. Vielleicht ist es sehr schön und ich bin nur nicht in der Laune. Woher sollte mir auch die Laune kommen? Wenn ich denke, dass ich hergekommen bin, um mich zu zerstreuen? Hätte ich die Karte lieber dem Benedikt geschenkt. Dem machen solche Sachen Spaß. Er spielt ja selber Violine. Aber da wär der Kopetzki beleidigt gewesen. Ich war ja sehr lieb von ihm. Wenigstens gut gemeint. Ein braver Kerl, der Kopetzki. Der einzige, auf den man sich verlassen kann. Seine Schwester singt er mit unter denen da oben. Mindestens 100 Jungfrauen. Alle schwarz gekleidet. Wie soll ich sie da herausfinden? Weil sie mitsingt, hat er auch das Billett gehabt, der Kopetzki. Warum ist er denn nicht selber gegangen? Sie singen übrigens sehr schön. Es ist sehr erhebend, sicher. Bravo! Bravo! Ja, applaudieren wir mit. Der neben mir klatscht wie verrückt. Ob's ihm wirklich so gut gefällt? Ah, das Mädel drüben in der Loge ist sehr hübsch. Sieht sie mich an oder den Herrn dort mit dem blonden Vollbart? Ah, ein Solo. Wer ist das? Alt Fräulein Walker. Sopran Fräulein Michalek. Das ist wahrscheinlich Sopran. Lang war ich schon nicht in der Oper. In der Oper unterhalte ich mich immer, auch wenn's langweilig ist. Und übermorgen könnte ich eigentlich wieder hineingehen zur Traviata. Ja, übermorgen bin ich vielleicht schon eine tote Leiche. Ah, und Sinn, das glaub ich selber nicht. Warten's nur, Herr Doktor. Bei Ihnen wird's vergehen, solche Bemerkungen zu machen, das Nasenspitzel hau ich Ihnen herunter. Wenn ich die in der Loge nur genau sehen könnte. Ich möchte mir den Operngucker von dem Herrn neben mir ausleihen, aber der frisst mich auf, wenn ich ihn in seiner Andacht störe. In welcher Gegend die Schwester von Kopetzki steht? Ob ich sie erkennen möchte? Ich hab sie ja nur zwei oder dreimal gesehen, das letzte Mal im Offizierscasino. Ob das lauter anständige Mädeln sind? Alle hundert? Oje. Unter Mitwirkung des Singvereins. Singverein. Komisch. Ich hab mir darunter eigentlich immer sowas ähnliches vorgestellt wie die Wiener Tanzsängerinnen. Das heißt, ich hab schon gewusst, dass es was anderes ist. Das heißt, schöne Erinnerungen. Damals beim grünen Tor. Wie hat sie nur geheißen? Und dann hat sie mir einmal eine Ansichtskarte aus Belgrad geschickt. Auch eine schöne Gegend. Der Kopetzki hat's gut, der sitzt jetzt längst im Wirtshaus und raucht seine Virginia. Was guckt mich der Kerl da immer an? Mir scheint der Merk, dass ich mich langweil und nicht herköre. Ich möchte ihnen raten, ein etwas weniger freches Gesicht zu machen, sonst stelle ich sie mir nachher im Foyer. Ah, schaut schon weg. Dass sie alle vor meinem Blick so eine Angst haben. Du hast die schönsten Augen, die mir je vorgekommen sind, hat neulich die Steffi gesagt. Oh, Steffi, Steffi, Steffi. Die Steffi ist eigentlich schuld, dass ich da sitze und mir stundenlang vorlamentieren lassen muss. Ach, diese ewige Abschreiberei von der Steffi geht mir wirklich schon auf die Nerven. Wie schön hätte er heutige Abend sein können. Ich hätte große Lust, das Briefwahl von der Steffi zu lesen. Da hab ich's ja. Aber wenn ich die Brieftasche herausnehme, frisst mich der Kerl daneben auf. Ich weiß ja, was drin steht. Sie kann nicht kommen, weil sie mit ihm Nachtmalen gehen muss. Ach, das war komisch vor acht Tagen, wie sie mit ihm in der Gartenbaugesellschaft gewesen ist und ich vis-à-vis mit dem Kopetzki und sie hat mir immer die Zeichen gemacht mit den Augerlern, die verabredeten. Er hat nichts gemerkt. Unglaublich. Muss übrigens ein Jud sein. Freilich, in einer Bank ist er und der schwarze Schnurrbart. Reserveleutnant soll er auch sein. Na, in mein Regiment sollte er nicht zur Waffenübung kommen. Überhaupt, dass sie immer noch so viel Juden zu Offizieren machen. Da pfeife ich auf den ganzen Antisemitismus. Neulich in der Gesellschaft, wo die Geschichte mit dem Doktor passiert ist, bei den Mannheimers. Die Mannheimer selber sollen ja auch Juden sein. Getauft natürlich. Denen merkt man's aber gar nicht an. Besonders die Frau, so blond, bildhübsch, die Figur. War sehr amüsant im Ganzen. Famoses Essen, großartige Zigarren. Naja, wer hat's gehört? Bravo, bravo! Jetzt wird's doch bald aus sein. Ja, jetzt steht die ganze Gesellschaft da droben auf. Sieht sehr gut aus. Imposant. Orgel auch. Orgel hab ich sehr gern. So, das lass ich mir gefallen. Sehr schön. Es ist wirklich wahr, man sollte öfter in Konzerte gehen. Wunderschön ist's gewesen, werde ich dem Kropetzki sagen. Werde ich ihn heute im Kaffeehaus treffen? Na, ich hab' gar keine Lust ins Kaffeehaus zu gehen. Hab' mich gestern so gegiftet. Hundertsechzig Gulden auf einem Sitz verspielt. Zu dumm. Und wer hat alles gewonnen? Der Ballard. Grad der, der's nicht notwendig hat. Der Ballard ist ja eigentlich schuld, dass ich in das blöde Konzert hab' gehen müssen. Na ja, sonst hätte ich heut' wieder spielen können. Vielleicht doch was zurückgewonnen. Aber es ist ganz gut, dass ich mir selber das Ehrenwort gegeben hab', einen Monat lang keine Karte anzurühren. Die Mama wird wieder ein Gesicht machen, wenn sie meinen Brief bekommt. Ach, sie soll zum Onkel gehen, der hat Geld wie Mist. Auf die paar hundert Gulden kommt's ihm nicht an. Wenn ich's nur durchsetzen könnte, dass sie mir eine regelmäßige Sustentation gibt. Aber nein, um jeden Kreuzer muss man extra betteln. Dann heißt's wieder, im vorigen Jahr war die Ernte schlecht. Ob ich heuer im Sommer wieder zum Onkel fahren soll, auf 14 Tag? Eigentlich langweilt man sich dort zum Sterben. Wenn ich die... Ah, wie hat sie nur geheißen? Ja, es ist merkwürdig. Ich kann mir keinen Namen merken. Ah ja, Etelka. Kein Wort Deutsch hat sie verstanden. Das war auch nicht notwendig. Hab' gar nichts zu reden brauchen. Ja, es wird ganz gut sein. 14 Tage Landluft und 14 Nächte Etelka oder sonst wer. Aber acht Tage sollte ich doch auch wieder beim Papa und bei der Mama sein. Schlecht hat sie ausgesehen heuer zu Weihnachten. Na, jetzt wird die Kränkung schon überwunden sein. Ich an ihrer Stelle wär' froh, dass der Papa in Pension gegangen ist. Und die Klara wird schon noch einen Mann kriegen. Der Onkel kann schon was hergeben. 28 Jahre, das ist doch nicht so alt. Die Steffi ist sicher nicht jünger. Aber es ist merkwürdig. Die Frauenzimmer halten sich länger jung. Wenn man so bedenkt, die Maretti neulich in der Madame Saint-Jean. 37 Jahre, sie ist sicher und sieht aus. Na, ich hätte nicht Nein gesagt. Schade, dass sie mich nicht gefragt hat. Heiß wird's. Noch immer nicht aus. Ah, ich freu mich schon so auf die frische Luft. Werd' ein bisschen spazieren gehen übern Ring. Heute heißt's früh ins Bett, morgen Nachmittag frisch sein. Komisch, wie wenig ich daran denk. So egal ist mir das. Das erste Mal hat's mich doch ein bisschen aufgeregt. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte, aber nervös bin ich gewesen in der Nacht vorher. Freilich, der Oberleutnant Pisanz war ein ernster Gegner. Und doch, nix ist mir geschehen. Auch schon anderthalb Jahre her, wie die Zeit vergeht. Und wenn mir der Pisanz nix getan hat, der Doktor wird mir schon gewiss nichts tun. Und zwar gerade diese ungeschulten Fechter sind manchmal die gefährlichsten. Der Doschinski hat mir erzählt, dass ihn ein Kerl, der das erste Mal einen Säbel in der Hand gehabt hat, auf ein Haar abgestochen hätte. Und der Doschinski ist heute Fechtlehrer bei der Landwehr. Freilich, ob er damals schon so viel Können hat? Das Wichtigste ist, kaltes Blut. Nicht einmal einen rechten Zorn habe ich mehr in mir. Und es war doch eine Frechheit unglaublich. Sicher hätte er sich nicht getraut, wenn er nicht Champagner getrunken hätte vorher. So eine Frechheit! Gewiss ein Sozialist. Die Rechtsvertreter sind doch heutzutage alle Sozialisten. Eine Bande! Am liebsten möchten sie gleich das ganze Militär abschaffen. Aber wer ihnen dann helfen möchte, wenn die Chinesen über sie kommen, und daran denken sie nicht. Blödisten! Man muss gelegentlich ein Exempel statuieren. Ganz recht habe ich gehabt. Ich bin froh, dass ich ihn nie mehr auslassen habe nach der Bemerkung. Wenn ich daran denke, werde ich ganz wild. Aber ich habe mich von Moos benommen. Der Oberst sagt auch, es war absolut korrekt. Wird mir überhaupt nützen, die Sache. Ich kenne manche, die den Burschen hätten durchschlüpfen lassen. Der Müller sicher, der wäre wieder objektiv gewesen oder sowas. Mit dem Objektivsein hat sich noch jeder blamiert. Herr Leutnant! Schon die Art, wie er Herr Leutnant gesagt hat, war unverschämt. Sie werden mir doch zugeben müssen. Wie sind wir denn nur drauf gekommen? Wieso habe ich mich mit dem Sozialist in ein Gespräch eingelassen? Wie hat es denn nur angefangen? Mir scheint, die schwarze Frau, die ich zum Buffet geführt habe, ist auch dabei gewesen. Und dann dieser junge Mensch, der die Jagdbilder malt. Wie heißt er denn nur? Meiner Seele, der ist an der ganzen Geschichte schuld gewesen. Der hat von den Manövern geredet. Und dann erst ist dieser Doktor dazugekommen und hat irgendwas gesagt, was mir nicht gepasst hat. Von Kriegsspielerei oder sowas. Aber wo ich noch nichts habe reden können. Und ja, dann ist von den Kadettenschulen gesprochen worden. Ja, sowas. Und ich habe von einem patriotischen Fest erzählt. Und dann hat der Doktor gesagt, nicht gleich, aber aus dem Fest hat es sich entwickelt. Herr Leutnant, Sie werden mir doch zugeben, dass nicht alle Ihre Kameraden zum Militär gegangen sind, ausschließlich um das Vaterland zu verteidigen. So eine Frechheit. Das wagt so ein Mensch einem Offizier ins Gesicht zu sagen. Wenn ich mich nur erinnern könnte, was ich darauf geantwortet habe. Ah ja, irgendwas von Leuten, die sich in Dinge dreinmengen, von denen sie nichts verstehen. Ja, richtig. Und dann war einer da, der hat die Sache gütlich beilegen wollen. Ein älterer Herr mit einem Stockschnupfen. Aber ich war zu wütend. Der Doktor hat das absolut in dem Ton gesagt, als wenn er direkt mich gemeint hätte. Er hätte nur noch sagen müssen, dass sie mich aus dem Gymnasium hinausgeschmissen haben und dass ich deswegen in die Kadettenschule gesteckt worden bin. Die Leute können eben unsereinen nicht verstehen. Sie sind zu dumm dazu. Wenn ich mich so erinnere, wie ich das erste Mal den Rocker angehabt habe. Sowas erlebt eben nicht ein jeder. Im vorigen Jahr bei den Manövern. Ich hätte etwas drum gegeben, wenn es plötzlich ernst gewesen wäre. Und der Mirovitsch hat mir gesagt, es ist ihm genauso gegangen. Und dann, wie seine Hoheit die Fronte abgeritten sind und die Ansprache vom Obersten. Da muss einer schon ein ordentlicher Lump sein, wenn ihm das Herz nicht höher schlägt. Und da kommt so ein Tintenfisch daher, der sein Lebtag nichts getan hat, als hinter den Büchern gesessen und erlaubt sich eine freche Bemerkung. Na, warte nur, mein Lieber. Bis zur Kampfunfähigkeit. Jawohl, du sollst kampfunfähig werden. Ja, was ist denn? Jetzt muss es doch bald aus sein. Ihr, seine Engel, lobe den Herrn. Freilich, das ist der Schlusschor. Wunderschön, kann man gar nichts sagen. Wunderschön. Jetzt habe ich ganz die aus der Loge vergessen, die früher zu kokettieren angefangen hat. Wo ist sie denn? Schon fortgegangen. Die Dort scheint auch sehr nett zu sein. Zu dumm, dass ich keinen Operngucker bei mir habe. Der Brummthalle ist ganz gescheit. Der hat sein Glas immer im Kaffeehaus bei der Kasse liegen. Da kann einem nichts geschehen. Wenn sich die Kleine da vor mir nur einmal umdrehen möchte. So brav sitzt sie alleweil da. Die neben ihr ist sicher die Mama. Ob ich nicht doch einmal ernstlich ans Heiraten denken soll? Der Willi war nicht älter als ich, wie er hineingesprungen ist. Hat schon was für sich, so immer gleich ein hübsches Weiberl zu Hause vorrätig zu haben? Zu dumm, dass die Steffi gerade heute keine Zeit hat. Wenn ich wenigstens wüsste, wo sie ist, möchte ich mich wieder vis-à-vis von ihr hinsetzen. Das wäre eine schöne Geschichte, wenn ihr der draufkommen möcht. Da hätte ich sie am Hals. Wenn ich so denke, was dem Vlies sein Verhältnis mit der Winterfeld kostet. Und dabei betrügt sie ihn hinten und vorn. Das nimmt nochmal ein Ende mit Schrecken. Bravo! Bravo! Ah! Aus! So, das tut wohl, aufstehen können, sich rühren. Na, vielleicht. Wie lange wird der da noch brauchen, um sein Glas ins Futural zu stecken? Pardon, pardon, wollen mich nicht hinauslassen? Ist das ein Gedränge. Lassen wir die Leute lieber vorbeipassieren. Elegante Person. Hm, ob das echte Brillanten sind? Die da ist nett, wie sie mich anschaut. Oh ja, mein Fräulein, ich möchte schon. Oh, die Nase. Jüdin. Noch eine. Pff, es ist doch fabelhaft. Da sind auch die Hälfte Juden. Nicht einmal ein Oratorium kann man mehr in Ruhe genießen. So, jetzt schließen wir uns an. Warum drängt denn der Idiot hinter mir? Das werde ich ihm abgewöhnen. Ach, ein älterer Herr. Wer grüßt mich denn dort von drüben? Habe die Ehre, habe die Ehre. Keine Ahnung habe ich, wer das ist. Das Einfachste wäre, ich ging gleich zum Leidinger hinüber Nachtmalen. Oder soll ich in die Gartenbaugesellschaft? Hm, am Ende ist die Steffi auch dort. Warum hat sie mir eigentlich nicht geschrieben, wohin sie mit ihm geht? Hm, sie wird selber noch nicht gewusst haben. Eigentlich schrecklich, so eine abhängige Existenz. Armes Ding. So, da ist der Ausgang. Ah, die ist aber bildschön. Ganz allein? Wie sie mich anlacht. Das wäre eine Idee. Der gehe ich nach. So, jetzt die Treppen hinunter. Oh, ein Major von 95. Sehr liebenswürdig hat er gedankt. Bin doch nicht der einzige Offizier herin gewesen. Wo ist denn das hübsche Mädel? Ah, dort, am Geländer steht sie. So, jetzt heißt's noch zur Garderobe. Dass mir die Kleine nicht auskommt. Hat eben schon. So ein elender Fratz. Lass sich da von einem Herrn abholen. Und jetzt lacht sie noch auf mich herüber. Tch, es ist doch keine was wert. Herrgott, ist das ein Gedränge bei der Garderobe. Warten wir lieber noch ein bisschen. So, ob der Blödist meine Nummer nehmen möchte? Sie, 224. Da hängt er. Na, haben's keine Augen? Da hängt er. Na, Gott sei Dank. Also bitte. Der Dicke da verstellt einem Schie die ganze Garderobe. Bitte sehr. Geduld, Geduld. Was sagt der Kerl? Nur ein bisserl Geduld. Dem muss ich doch antworten. Machen Sie doch Platz. Na, Sie werden's auch nicht versäumen. Was sagt er da? Sagt er das zu mir? Das ist doch stark. Das kann ich mir nicht gefallen lassen. Ruhig. Was meinen Sie? Ah, so ein Ton. Da hört sich doch alles auf. Stoßen Sie nicht. Sie, halten Sie das Maul. Das hätt' ich nicht sagen sollen. Ich war zu grob. Na, jetzt ist's schon geschehen. Wie meinen? Jetzt dreht er sich um. Den kenn ich ja. Donnerwetter, das ist ja der Bäckermeister, der immer ins Kaffeehaus kommt. Was macht denn der da? Er hat sicher auch eine Tochter oder sowas bei der Sing-Akademie. Ja, was ist denn das? Ja, was macht er denn? Mir scheint gar... Ja, meiner Seele hat den Griff von meinem Säbel in der Hand. Ja, ist der Kerl verrückt? Sie, Herr... Sie, Herr Leutnant, seien Sie jetzt ganz starrt. Was sagt er da? Um Gottes Willen, es hat's doch keiner gehört. Nein, er rät ganz leise. Ja, warum lässt er denn meinen Säbel nicht aus? Herrgott noch einmal. Ach, da heißt's rabiat sein. Ich bring seine Hand vom Griff nicht weg. Nur keinen Skandal jetzt. Ist nicht am Ende der Major hinter mir? Bemerkt's nur niemand, dass er den Griff von meinem Säbel hält? Er rät ja zu mir. Was rät er denn? Herr Leutnant, wenn Sie das geringste Aufsehen machen, so zieh ich den Säbel aus der Scheide, zerbrech ihn und schick die Stück an Ihr Regimentskommando. Verstehen Sie mich, Sie dummer Bub? Was hat er gesagt? Mir scheint ich träum. Rät er wirklich zu mir? Ich sollt was antworten. Aber der Kerl macht ihr ernst. Der zieht wirklich den Säbel heraus. Herrgott, er tut's. Ich spür's, er reißt schon dran. Was rät er denn? Um Gottes Willen, nur kein Skandal. Was rät er denn noch immer? Aber ich will Ihnen die Karriere nicht verderben. Also schön brav sein. So, haben Sie keine Angst. Es hat niemand was gehört. Es ist schon alles gut. So, und damit keiner glaubt, dass wir uns gestritten haben, werde ich jetzt sehr freundlich mit Ihnen sein. Habe die Ehre, Herr Leutnant, hat mich sehr gefreut. Habe die Ehre. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Abai im September 2014. Um Gottes Willen, habe ich geträumt? Hat er das wirklich gesagt? Wo ist er denn? Da geht er. Ich müsste den Säbel ziehen und ihn zusammenhauen. Um Gottes Willen, es hat doch niemand gehört. Nein, er hat ja nur ganz leise geredet, mir ins Ohr. Warum gehe ich denn nicht hin und haue ihm den Schädel auseinander? Nein, es geht ja nicht. Es geht ja nicht. Gleich hätte ich es tun müssen. Warum habe ich es denn nicht gleich getan? Ich habe es ja nicht können. Er hatte den Griff nicht auslassen. Und er ist zehnmal stärker als ich. Wenn ich noch ein Wort gesagt hätte, hätte er mir wirklich den Säbel zerbrochen. Ich muss ja noch froh sein, dass er nicht laut geredet hat. Wenn es ein Mensch gehört hätte, so müsste ich mich ja stand der Bede erschießen. Vielleicht ist es doch ein Traum gewesen. Warum schaut mich denn der Herr dort an der Säule so an? Hat er am Ende was gehört? Ich werde ihn fragen. Fragen? Ich bin ja verrückt. Wie schaue ich denn aus? Merkt man mir was an? Ich muss ganz blass sein. Wo ist der Hund? Ich muss ihn umbringen. Fort ist er. Überhaupt schon ganz leer. Wo ist denn mein Mantel? Ich habe ihn ja schon angezogen. Ich habe es gar nicht gemerkt. Wer hat mir denn geholfen? Ach, der da. Der muss ich ein Sechserl geben. So. Aber was ist denn das? Ist es denn wirklich geschehen? Hat wirklich einer so zu mir geredet? Hat mir wirklich einer dummer Bub gesagt? Und ich habe ihn nicht auf der Stelle zusammengehauen? Aber ich habe ihn nicht können. Er hatte eine Faust gehabt wie Eisen. Ich bin da gestanden wie angenagelt. Nein, ich muss den Verstand verloren gehabt haben, sonst hätte ich mit der anderen Hand. Aber da hätte er ja meinen Säbel herausgezogen und zerbrochen und auswärts gewesen. Alles wäre aus gewesen. Und nachher, wie er fortgegangen ist, war es zu spät. Ich habe ihm doch nicht den Säbel von hinten in den Leib rennen können. Was? Ich bin schon auf der Straße? Wie bin ich denn da herausgekommen? So kühl ist es. Ach, der Wind. Der ist gut. Wer ist denn das da drüben? Warum schauen die denn zu mir herüber? Am Ende haben die was gehört. Nein, es kann niemand was gehört haben. Ich weiß ja, ich habe mich gleich nachher umgeschaut. Keiner hat sich um mich gekümmert. Niemand hat was gehört. Aber gesagt hat er es, wenn es auch niemand gehört hat. Gesagt hat er es doch. Und ich bin da gestanden und habe es mir gefallen lassen, wie wenn mich einer vor den Kopf geschlagen hätte. Aber ich habe nichts sagen können, nichts tun können. Es war ja noch das Einzige, was mir übrig geblieben ist. Staat sein, Staat sein. Es ist fürchterlich. Es ist nicht zum Aushalten. Ich muss ihn totschlagen, wo ich ihn treffe. Mir sagt das einer. Mir sagt das so ein Kerl, so ein Hund. Und er kennt mich, Herr Gott, noch einmal. Er kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Er kann jedem Menschen erzählen, dass er mir das gesagt hat. Nein, nein, das wird er ja nicht tun, sonst hätte er auch nicht so leise geredet. Er hat auch nur wollen, dass ich es allein höre. Aber wer garantiert mir, dass er es nicht doch erzählt? Heute oder morgen seiner Frau, seiner Tochter, seinem Bekannten im Kaffeehaus? Um Gottes Willen, morgen sehe ich ihn ja wieder. Wenn ich morgen ins Kaffeehaus komme, sitzt er wieder dort wie alle Tag und spielt seinen Tapper mit dem Herrn Schlesinger und mit dem Kunstblumenhändler. Nein, 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 das geht ja nicht, das geht ja nicht. Wenn ich ihn sehe, so haue ich ihn zusammen. Nein, das darf ich ja nicht. Gleich hätte ich es tun müssen, gleich. Wenn es nur gegangen wäre, ich werde zum Obersten gehen und ihm die Sache melden. Ja, zum Obersten. Der Oberst ist immer sehr freundlich. Und ich werde ihm sagen, Herr Oberst, ich melde Gehorsamst. Er hat den Griff gehalten, er hat ihn nicht auslassen. Es war genau so, als wenn ich ohne Waffe gewesen wäre. Was wird der Oberst sagen? Was er sagen wird? Aber da gibt es ja nur eins, quittieren mit Schimpf und Schand. Quittieren! Sind das Freiwillige da drüben? Ekelhaft bei der Nacht schauen sie aus wie Offiziere. Sie salutieren. Tch, wenn die wüssten. Wenn die wüssten! Da ist das Café Hochleitner. Sind jetzt gewiss ein paar Kameraden drin. Vielleicht auch einer oder der andere, den ich kenne. Wenn ich es dem ersten Besten erzählen möchte. Aber so, als wäre es einem anderen passiert. Ich bin ja schon ganz irrsinnig. Wo laufe ich denn da herum? Was tue ich denn auf der Straße? Ja, aber wo soll ich denn hin? Habe ich nicht zum Leidinger wollen? Haha, unter Menschen mich niedersetzen. Ich glaube, ein jeder müsste mir's ansehen. Ja, aber irgendwas muss doch geschehen. Was soll denn geschehen? Nichts. Nichts! Es hat ja niemand was gehört. Es weiß ja niemand was. In dem Moment weiß niemand was. Wenn ich jetzt zu ihm in die Wohnung ginge und ihn beschwören möchte, dass er es niemandem erzählt. Ach, lieber gleich eine Kugel vor dem Kopf als sowas. Wäre so das Gescheiteste. Das Gescheiteste? Das Gescheiteste? Gibt ja überhaupt nichts anderes. Gibt nichts anderes. Wenn ich den Oberst fragen möchte, oder den Kopetzki, oder den Plani, oder den Friedmeier. Jeder möchte sagen, es bleibt dir nichts anderes übrig. Wie wär's, wenn ich mit dem Kopetzki sprech? Ja, es wär doch das Vernünftigste. Schon wegen morgen. Ja, natürlich, wegen morgen. Um vier in der Reiterkaserne. Ich soll mich ja um vier Uhr schlagen. Und ich darf's ja nimmer. Ich bin satisfaktionsunfähig. Unsinn. 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 Kein Mensch weiß was. Kein Mensch weiß was. Es laufen viele herum, denen ärgere Sachen passiert sind als mir. Was hat man nicht alles von dem Deckener erzählt, wie er sich mit dem Reiterauf geschossen hat? Und der Ehrenrat hat entschieden, das Duell darf stattfinden. Aber wie möchte der Ehrenrat bei mir entscheiden? Dummer Pupp. Dummer Pupp. Und ich bin da gestanden. Heiliger Himmel, es ist doch ganz egal, ob ein anderer was weiß. Ich weiß es doch, und das ist die Hauptsache. Ich spüre, dass ich jetzt für ein anderer bin als vor einer Stunde. Ich weiß, dass ich satisfaktionsunfähig bin, und darum muss ich mich totschießen. Keine ruhige Minute hätte ich mehr im Leben. Immer hätte ich die Angst, dass es doch einer erfahren könnte. So oder so. Und dass mir das eine einmal ins Gesicht sagt, was heute Abend geschehen ist. Was für ein glücklicher Mensch bin ich für eine Stunde gewesen. Muss mir der Kopetzki die Karte schenken. Und die Steffi muss mir absagen, das Mensch. Von sowas hängt man ab. Nachmittag war noch alles gut und schön, und jetzt bin ich ein verlorener Mensch und muss mich totschießen. Warum renne ich denn so? Es lauft mir ja nichts davon. Wie viel schlagt es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf. Elf, 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 ich soll doch nachtmalen gehen. Irgendwo muss ich doch schließlich hingehen. Ich könnte mich ja in irgendein Beisel setzen, wo mich kein Mensch kennt. Schließlich essen muss der Mensch, auch wenn er sich nachher gleich totschießt. Der Tod ist ja kein Kinderspiel. Wer hat das nur neulich gesagt? Aber das ist ja ganz egal. Ich möchte wissen, wer sich am meisten kränken möchte. Die Mama oder die Steffi? Die Steffi. Gott, die Steffi. Die dürfte sich ja nicht einmal was anmerken lassen, sonst gibt er ihr den Abschied. Arme Person. Beim Regiment? Kein Mensch hätte eine Ahnung, warum ich's getan hab. Sie täten sich alle den Kopf zerbrechen. Warum hat sich denn der Gustl umgebracht? Darauf möchte keiner kommen, dass ich mich hab totschießen müssen, weil ein elender Bäckermeister, so ein Niederträchtiger, der zufällig stärkere Fäust hat. Es ist ja zu dumm. Zu dumm. Deswegen soll ein Kerl wie ich, so ein junger, fescher Mensch... Ja, nachher möchten's gewisse alle sagen, das hätte er doch nicht tun müssen, wegen so einer Dummheit ist doch schade. Aber wenn ich jetzt, wenn immer, Fragen täte, jeder möchte mir die gleiche Antwort geben. Und ich selber, wenn ich mich frag... Das ist doch zum Teufel holen! Ganz wehrlos sind wir gegen die Zivilisten. Da meinen die Leute, wir sind besser dran, weil wir einen Säbel haben. Und wenn schon einmal einer von der Waffe Gebrauch macht, geht's über uns her, als wenn wir alle die geborenen Mörder wären. In der Zeitung möchte's auch stehen. Selbstmord eines jungen Offiziers. Wie schreiben Sie nur immer? Die Motive sind in Dunkel gehüllt. An seinem Sarge trauern. Aber es ist ja wahr. Mir ist immer, als wenn ich mir eine Geschichte erzählen möchte. Aber es ist wahr. Ich muss mich umbringen. Es bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Ich kann sie nicht drauf ankommen lassen, dass morgen früh der Kopetzki und der Plani mir ihr Mandat zurückgeben und mir sagen, wir können dir nicht sekundieren. Ich wär ja ein Schuft, wenn ich's Ihnen zumuten möchte. So ein Kerl wie ich, der da steht und sich einen dummen Buben heißen lässt? Morgen wissen's ja alle Leute. Das ist zu dumm, dass ich mir einen Moment einbilde. So ein Mensch erzählt's nicht weiter. Überall wird er's erzählen. Seine Frau weiß jetzt schon. Morgen weiß es das ganze Kaffeehaus. Die Kellner werden's wissen. Der Herr Schlesinger. Die Kassiererin. Und selbst wenn er sich vorgenommen hat, er rät nicht davon, so sagt er's übermorgen. Und wenn er's übermorgen nicht sagt, in einer Woche. Und wenn ihn heut Nacht der Schlag trifft, so weiß ich's. Ich weiß es. Und ich bin nicht der Mensch, der weiter den Rock trägt und den Säbel, wenn ein solcher Schimpf auf ihm sitzt. So, ich muss es tun. Und Schluss. Was ist weiter dabei? Morgen Nachmittag könnte mich der Doktor mit dem Säbel erschlagen. Sowas ist schon einmal da gewesen. Und der Bauer, der arme Kerl, der hat eine Gehirnentzündung gekriegt und war in drei Tagen hin. Und der Brennitsch ist vom Pferd gestürzt und hat sich's Genick gebrochen. Und schließlich und endlich, es gibt nichts anderes. Für mich nicht. Für mich nicht. Es gibt ja Leute, die es leichter nehmen. Gott, was gibt's für Menschen? Dem Ringeimer hat ein Fleischselcher, wie er ihn mit seiner Frau erwischt hat, eine Ohrfeige gegeben. Und er hat quittiert und sitzt irgendwo auf dem Land und hat geheiratet. Dass es Weiber gibt, die so einen Menschen heiraten. Meiner Seele, ich gebe ihm nicht die Hand, wenn er wieder nach Wien käme. Also, hast's gehört, Gustl. Aus, aus, abgeschlossen mit dem Leben, Punkt um und Streusand drauf. So, jetzt weiß ich's. Die Geschichte ist ganz einfach. Ich bin eigentlich ganz ruhig. Das hab ich übrigens immer gewusst. Wenn's einmal dazu kommt, werd ich ruhig sein. Ganz ruhig. Aber dass es so dazu kommt, das hab ich doch nicht gedacht. Dass ich mich umbringen muss, weil so ein... Vielleicht hab ich ihn doch nicht recht verstanden. Am Ende hat er ganz was anderes gesagt. Ich war ja ganz blöd von der Singerei und der Hits. Vielleicht bin ich verrückt gewesen und es ist alles gar nicht wahr. Nicht wahr? Nicht wahr? Ich hör's ja noch. Es klingt mir immer noch im Ohr. Und ich spür's in den Fingern, wie ich seine Hand vom Säbelgriff hab wegbringen wollen. Ein Kraftmensch ist da ein Jagendorfer. Ich bin doch auch kein Schwächling. Der Franziski ist der einzige im Regiment, der stärker ist als ich. Die Aspernbrücke. Wie weit renn ich denn noch? Wenn ich so weiter renne, bin ich um Mitternacht in Kankran. Ja, Gott, froh sind wir gewesen, wie wir im vorigen September dort eingerückt sind. Noch zwei Stunden und Wien. Todmüd war ich, wie wir angekommen sind. Den ganzen Nachmittag hab ich geschlafen wie ein Stock. Und am Abend waren wir schon beim Ronacher. Der Kopetzki, der Lodinser und... Wer war denn nur noch mit uns? Ah, ja richtig, der Freiwillige, der uns auf dem Marsch die jüdischen Anekdoten erzählt hat. Manchmal sind's ganz nette Burschen, die Einjährigen. Aber sie sollten alle nur Stellvertreter werden. Denn was hat das für einen Sinn? Wir müssen uns jahrelang plagen, und so ein Kerl dient ein Jahr und hat genau dieselbe Distinktion wie wir. Es ist eine Ungerechtigkeit. Aber was geht mich denn das alles an? Was schere ich mich denn um solche Sachen? Ein Gemeiner von der Verpflegsbranche ist ja jetzt mehr als ich. Ich bin ja überhaupt nicht mehr auf der Welt. Es ist ja aus mit mir. Ehre verloren, alles verloren. Ich habe nichts anderes zu tun, als meinen Revolver zu laden und... Gustl, Gustl, mir scheint, du glaubst noch immer nicht recht dran. Komm nur zur Besiedlung. Es gibt nichts anderes. Wenn du auch dein Gehirn zermaterst, es gibt nichts anderes. Jetzt heißt's nur mehr im letzten Moment sich anständig benehmen. Ein Mann sein. Ein Offizier sein. So dass der Oberst sagt, er ist ein braver Kerl gewesen. Wir werden ihm ein treues Angedenken bewahren. Wie viele Kompanien rücken denn aus beim Leichenbegängnis von einem Leutnant? Das müsste ich eigentlich wissen. Haha, wenn das ganze Bataillon ausrückt oder die ganze Garnison und sie feuern 20 Salven ab, davon wache ich doch nicht mehr auf. Vor dem Kaffeehaus, da bin ich im vorigen Sommer einmal mit dem Herrn von Engel gesessen, nach der Armee Stiplechase. Komisch. Den Menschen habe ich seitdem nie wieder gesehen. Warum hat er denn das linke Auge verbunden gehabt? Ich habe ihn immer drum fragen wollen, aber es hätte sich nicht gehört. Da gehen zwei Artilleristen. Die denken gewiss, ich steige der Person nach. Muss sie mir übrigens ansehen. Oh, schrecklich. Ich möchte nur wissen, wie sich so eine ihr Brot verdient. Da möchte ich doch eher... Ob zwar in der Notfrist der Teufel fliegen. Im Schremmesl? Mir hat's nachher so gekraust, dass ich gemeint habe, nie wieder rühre ich ein Frauenzimmer an. Das war eine grässliche Zeit da oben in Galicien. Eigentlich ein Mordsglück, dass wir nach Wien gekommen sind. Der Pocoran ist jetzt noch immer in Sambor und kann noch zehn Jahre dort sitzen und alt und grau werden. Aber wenn ich dort geblieben wäre, wäre mir das nicht passiert, was mir heute passiert ist. Und ich möchte lieber in Galicien alt und grau werden, als das. Als was? Als was? Ja, was ist denn? Was ist denn? Bin ich denn wahnsinnig, dass ich das immer vergesse? Ja, meiner Seele, vergessen tue ich's jeden Moment. Ist das schon je erhört worden, dass ich einen in ein paar Stunden eine Kugel durch den Kopf jagen muss und er denkt an alle möglichen Sachen, die ihn gar nichts mehr angehen? Tch, meiner Seele, mir ist gerade so, als wenn ich einen Rausch hätte. Haha, ein schöner Rausch, ein Mordsrausch, ein Selbstmordsrausch. Ha, Witze mache ich, das ist sehr gut. Ja, ganz gut aufgelegt bin ich. Sowas muss doch angeboren sein. Wahrhaftig, wenn ich's einem erzählen möchte, er würde's nicht glauben. Mir scheint, wenn ich das Ding bei mir hätt, jetzt würde ich abdrücken. In einer Sekunde ist alles vorbei. Nicht jeder hat so gut. Andere müssen sich monatelang plagen. Meine arme Cousin, zwei Jahre ist sie gelegen, hat sich nicht rühren können, hat die grässlichsten Schmerzen gehabt. So ein Jammer. Ist es nicht besser, wenn man das selber besorgt? Nur Obacht geben heißt's, gut zielen, dass einem nicht am Ende das Malheur passiert, wie dem Kadett-Stellvertreter im vorigen Jahr. Der arme Teufel. Gestorben ist er nicht, aber blind ist er geworden. Was mit dem nur geschehen ist, wo er jetzt lebt, schrecklich so herumlaufen wie der. Das heißt, herumlaufen kann er nicht. Geführt muss er werden. So ein junger Mensch kann heute noch keine 20 sein. Seine Geliebte hat er besser getroffen. Gleich war sie tot. Unglaublich, weswegen sich die Leute tot schießen. Wie kann man überhaupt nur eifersüchtig sein? Mein Lebtag habe ich sowas nicht gekannt. Die Steffi ist jetzt gemütlich in der Gartenbaugesellschaft. Dann geht sie mit ihm nach Haus. Nichts liegt mir dran, gar nichts. Hübsche Einrichtung hat sie, das kleine Badezimmer mit der roten Laterne. Wie sie neulich in dem grünseidenen Schlafrock hereingekommen ist. Den grünen Schlafrock werde ich auch nimmer sehen. Und die ganze Steffi auch nicht. Und die schöne breite Treppe in der Gushausstraße werde ich auch nimmer hinaufgehen. Das Fräulein Steffi wird sich weiter amüsieren, als wenn gar nichts geschehen wäre. Nicht einmal erzählen darf sie es wem, dass sie lieber Gustl sich umgebracht hat. Aber weinen wird's schon. Ah ja, weinen wird's. Überhaupt, weinen werden gar viele Leute. Um Gottes Willen, die Mama. Nein, nein, daran darf ich gar nicht denken. Ah nein, daran darf absolut nicht gedacht werden. Und zu Hause wird nicht gedacht, Gustl, verstanden? Nicht mit dem allerleisesten Gedanken. Das ist nicht schlecht. Jetzt bin ich gleich im Prater. Mitten in der Nacht. Das hätte ich mir auch nicht gedacht in der Früh, dass ich heute Nacht im Prater spazieren gehen werde. Was sich der Sicherheitswachmann dort denkt. Na, gehen wir nur weiter. Es ist ganz schön. Mit Nachtmalen ist eh nix. Mit dem Kaffeehaus auch nix. Die Luft ist angenehm und ruhig ist es. Sehr. Zwar, ruhig werde ich es jetzt bald haben. So ruhig, als ich es mir nur wünschen kann. Haha. Aber ich bin ja ganz außer Atem. Ich bin ja gerannt, wie nicht gescheit. Langsamer, langsamer, Gustl. Versäumst nichts. Du hast gar nichts mehr zu tun. Gar nichts, aber absolut nichts mehr. Mir scheint gar ich fröstel. Es wird halt doch die Aufregung sein. Dann habe ich ja nichts gegessen. Was riecht denn hier so eigentümlich? Es kann doch noch nichts blühen. Was haben wir denn heute? Den vierten April. Freilich, es hat viel geregnet in den letzten Tagen. Aber die Bäume sind beinahe noch ganz kahl. Und dunkel ist es. Huch! Man könnte schier Angst kriegen. Das ist eigentlich das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Furcht gehabt habe. Als kleiner Bub, damals im Wald. Aber ich war ja gar nicht so klein. 14 oder 15? Wie lang ist das jetzt her? Neun Jahre. Freilich. Mit 18 war ich Stellvertreter, mit 20 Leutnant. Und im nächsten Jahr werde ich... Was werde ich im nächsten Jahr? Was heißt das überhaupt nächstes Jahr? Was heißt das in der nächsten Woche? Was heißt das übermorgen? Wie? Zähne klappern? Oho! Na, lassen wir es nur ein bisschen klappern. Herr Leutnant, Sie sind jetzt allein. Brauchen niemanden, einen Pflanz vorzumachen. Es ist bitter. Es ist bitter. Ich will mich auf die Bank setzen. Ah! Wie weit bin ich denn da? So eine Dunkelheit. Das da hinter mir, das muss das zweite Kaffeehaus sein. Bin ich im vorigen Sommer auch einmal gewesen, wie unsere Kapelle konzertiert hat. Mit dem Kopetzki und mit dem Rüttner. Noch ein paar andere waren dabei. Ich bin aber müd. Nein, ich bin müd, als wenn ich einen Marsch von 10 Stunden gemacht hätte. Ja, das wäre so was, da einschlafen. Ha! Ein obdachloser Leutnant. Ja, ich soll doch eigentlich nach Haus. Was tue ich denn zu Haus? Aber was tue ich denn im Prater? Mir wäre am liebsten, ich müsste gar nicht aufstehen, da einschlafen und nimmer aufwachen. Ja, das wäre halt bequem. Nein, so bequem wird es Ihnen nicht gemacht, Herr Leutnant. Aber wie und wann? Jetzt könnte ich mir doch endlich einmal die Geschichte ordentlich überlegen. Überlegt muss ja alles werden. So ist es schon einmal im Leben. Also überlegen wir. Was denn? Nein, ist die Luft gut? Man sollte öfters bei der Nacht im Prater gehen. Ja, das hätte mir eben früher einfallen müssen. Jetzt ist es aus mit dem Prater. Mit der Luft und mit dem Spazierengehen. Ja, also was ist denn? Ach, fort mit dem Kappel. Mir scheint, das drückt mir aufs Gehirn. Ich kann ja gar nicht ordentlich denken. Ach, so. Also, jetzt Verstand zusammennehmen, Gustl. Letzte Verfügungen treffen. Also morgen früh wird Schluss gemacht. Morgen früh um 7 Uhr. 7 Uhr ist eine schöne Stunde. Haha. Also um 8 Uhr, wenn die Schule anfängt, ist alles vorbei. Der Kopetzki wird aber keine Schule halten können, weil er zu sehr erschüttert sein wird. Aber vielleicht weiß er es noch gar nicht. Man braucht ja nichts zu hören. Den Max Liebbeier haben sie auch erst am Nachmittag gefunden. Und in der Früh hat er sich erschossen. Und kein Mensch hat was davon gehört. Aber es geht nicht so an, ob der Kopetzki schulhalten wird oder nicht. Ha. Also, um 7 Uhr. Ja, na, was denn noch? Weiter ist ja nichts zu überlegen. Im Zimmer schieße ich mich tot und dann ist basta. Montag ist die Leich. Einen kenne ich, der wird eine Freude haben. Das ist der Doktor. Duell kann nicht stattfinden, wegen Selbstmord des einen Kombatanten. Was sie bei Mannheimers sagen werden. Na, er wird sich nicht viel draus machen. Aber die Frau, die hübsche Blonde, mit der war was zu machen. Oh ja, mir scheint, bei der hätte ich Chance gehabt, wenn ich mich nur ein bisschen zusammengenommen hätte. Ja, das wäre doch was anders gewesen, als die Steffi, dieses Mensch. Aber faul darf man halt nicht sein. Da heißt's Kur machen, Blumen schicken, vernünftig reden. Das geht nicht so, dass man sagt, komm morgen Nachmittag zu mir in die Kasern. Ja, so eine anständige Frau, das wäre halt was gewesen. Die Frau von meinem Hauptmann im Schremesl, das war ja doch keine anständige Frau. Ich könnte schwören, der Lipitzki und der Wermut-Deck und der schäbige Stellvertreter, der hat sie auch gehabt. Aber die Frau Mannheimer? Ja, das wäre was anderes. Das wäre doch auch ein Umgang gewesen. Das hätte einen beinahe zu einem anderen Menschen gemacht. Da hätte man doch noch einen anderen Schliff gekriegt. Und da hätte man einen Respekt vor sich selber haben dürfen. Aber ewig diese Menschen. Und so jung habe ich angefangen. Ein Bub war ich ja noch, wie ich damals den ersten Urlaub gemacht habe und in Graz bei den Eltern zu Hause war. Der Riedl war auch dabei. Eine Bömin ist es gewesen. Die muss doppelt so alt gewesen sein wie ich. In der Früh bin ich erst nach Hause gekommen, wie mich der Vater angeschaut hat. Und die Klara. Vor der Klara habe ich mich am meisten geschämt. Damals war sie verlobt. Warum ist denn nichts draus geworden? Ich habe mich eigentlich nicht viel drum gekümmert. Armes Haschal hat auch nie Glück gehabt. Und jetzt verliert sie noch den einzigen Bruder. Ja, du wirst mich nie mehr sehen, Klara. Aus? Was, das hast du dir nicht gedacht, Schwesterl, wie du mich am Neujahrstag zur Bahn begleitet hast, dass du mich nie wieder sehen wirst. Und die Mama? Herrgott, die Mama! Nein, ich darf daran nicht denken. Wenn ich daran denke, bin ich im Stand, eine Gemeinheit zu begegnen. Ach. Wenn ich zuerst noch nach Haus fahren möchte, sagen sie sein Urlaub auf einen Tag. Noch einmal den Papa, die Mama, die Klara sehen, bevor ich einen Schluss mache. Ja, mit dem ersten Zug um sieben kann ich nach Graz fahren. Um eins bin ich dort. Grüß dich Gott, Mama. Servus, Klara. Na, wie geht's euch denn? Nein, das ist eine Überraschung. Aber sie möchten was merken. Wenn niemand anders. Die Klara. Die Klara gewiss. Die Klara ist ein so gescheites Mädel. Wie lieb sie mir neulich geschrieben hat. Und ich bin ihr noch immer die Antwort schuldig. Und die guten Ratschläge, die sie mir immer gibt. So ein seelengutes Geschöpf. Ob nicht alles ganz anders geworden wäre, wenn ich zu Hause geblieben wäre? Ich hätte Ökonomie studiert. Wäre zum Onkel gegangen. Sie haben's ja alle wollen, wie ich noch ein Bub war. Jetzt wäre ich am Ende schon verheiratet. Ein liebes, gutes Mädel. Vielleicht die Anna. Die hat mich so gern gehabt. Auch jetzt habe ich's noch gemerkt, wie ich das letzte Mal zu Hause war. Ob zwar sie schon einen Mann hat und zwei Kinder. Ich hab's gesehen, wie sie mich angeschaut hat. Und noch immer sagt sie mir, Gustl, wie früher. Der wird ordentlich in die Glieder fahren, wenn sie erfährt, was es mit mir für ein End genommen hat. Aber ihr Mann wird sagen, das habe ich vorausgesehen, so ein Lump. Alle werden meinen, es ist, weil ich Schulden gehabt habe. Und das ist doch gar nicht wahr. Es ist doch alles gezahlt. Nur die letzten 160 Gulden. Na, und die sind morgen da. Ja, dafür muss ich auch noch sorgen, dass der Ballert die 160 Gulden kriegt. Das muss ich niederschreiben, bevor ich mich erschieße. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Wenn ich lieber auf- und davonfahren möchte. Nach Amerika, wo mich niemand kennt. In Amerika weiß kein Mensch davon, was hier heute Abend geschehen ist. Da kümmert sich kein Mensch drum. Neulich ist in der Zeitung standen von einem Grafen Runge, der hat fortmüssen wegen einer schmutzigen Geschichte. Und jetzt hat er drüben ein Hotel und pfeift auf den ganzen Schwindel. Und in ein paar Jahren könnte man hier wieder zurück. Nicht nach Wien natürlich, auch nicht nach Graz. Aber aufs Gut könnte ich. Und der Mama und dem Papa und der Klara möchte es doch tausendmal lieber sein, wenn ich nur lebendig blieb. Und was gehen mich denn die anderen Leute an? Wer meint's denn sonst gut mit mir? Außer dem Kopetzki könnte ich allen gestohlen werden. Der Kopetzki ist doch der Einzige. Und gerade der hat mir heute das Billett geben müssen. Und das Billett ist an allem schuld. Ohne das Billett wäre ich nicht ins Konzert gegangen und das alles wäre nicht passiert. Was ist denn nur passiert? Es ist gerade, als wenn hundert Jahre seitdem vergangen werden und es kann doch keine zwei Stunden sein. Vor zwei Stunden hat mir einer dummer Bub gesagt und hat meinen Säbel zerbrechen wollen. Herrgott, ich fange noch zu schreien an mitten in der Nacht. Warum ist denn das alles geschehen? Hätte ich nicht länger warten können, bis ganz leer wird in der Garderobe? Und warum habe ich ihm denn nur gesagt, halten Sie's Maul? Wie ist mir denn das nur herausgerutscht? Ich bin doch sonst ein höflicher Mensch. Nicht einmal mit meinem Burschen bin ich sonst zu grob. Aber natürlich nervös bin ich gewesen. Alle die Sachen, die da zusammengekommen sind, das Pech im Spiel und die ewige Absagerei von der Steffi und das Duell morgen Nachmittag und zu wenig schlafen tue ich in der letzten Zeit und die Rackerei in der Kasern, das haltet man auf die Dauer nicht aus. Ja, über kurz oder lang wäre ich krank geworden. Hätte man in den Urlaub einkommen müssen? Jetzt ist es nicht mehr notwendig. Jetzt kommt ein langer Urlaub. Mit Karenz der Gebühren. Wie lange werde ich denn da noch sitzen bleiben? Es muss Mitternacht vorbei sein. Habe ich's nicht früher schlagen hören? Was ist denn das? Ein Wagen fährt da? Um die Zeit? Gummiradler. Kann mir schon denken. Die haben's besser wie ich. Vielleicht ist es der Ballert mit der Bertha. Warum soll's grad der Ballert sein? Fahr nur zu. Ein hübsches Zeugl hat seine Hoheit im Schremissel gehabt. Mit dem ist er immer in die Stadt hinuntergefahren, zu der Rosenberg. Sehr leutselig war seine Hoheit. Ein echter Kamerad mit allen auf Du und Du. War doch eine schöne Zeit. Ob zwar die Gegend war trostlos und im Sommer zum Verschmachten. An einem Nachmittag sind einmal drei vom Sonnenstich getroffen worden. Auch der Korporal von meinem Zug. Ein so verwendbarer Mensch. Nachmittag haben wir uns nackt aufs Bett hingelegt. Einmal ist plötzlich der Wiesner zu mir hereingekommen. Ich muss grad geträumt haben und steh auf und zieh den Säbel, der neben mir liegt. Muss gut ausgeschaut haben. Der Wiesner hat sich halbtot gelacht. Der ist jetzt schon Rietmeister. Schade, dass ich nicht zur Kavalerie gegangen bin. Aber das hat der Alte nicht wollen. Wäre ein zu teurer Spaß gewesen. Jetzt ist es ja doch alles eins. Warum denn? Ja, ich... Ich weiß schon. Sterben muss ich. Darum ist es alles eins. Sterben muss ich. Also wie... Schau, Gustl. Du bist doch extra da herunter in den Prater gegangen. Mitten in der Nacht, wo dich keine Menschenseele stört. Jetzt kannst du dir alles ruhig überlegen. Das ist ja lauter Unsinn mit Amerika und Quittieren. Und du bist ja viel zu dumm, um was anderes anzufangen. Und wenn du hundert Jahre alt wirst und du denkst dran, dass dir einer hat den Säbel zerbrechen wollen und dich einen dummen Buben keißen und du bist dagestanden und hast nichts tun können? Nein, zu überlegen ist doch gar nichts. Geschehen ist geschehen. Auch das mit der Mama und mit der Clara ist ein Unsinn. Die werden es schon verschmerzen. Man verschmerzt alles. Wie hat die Mama gejammert, wie ihr Bruder gestorben ist. Und nach vier Wochen hat sie kaum mehr dran gedacht. Auf den Friedhof ist sie hinausgefahren. Zuerst alle Wochen, dann alle Monat und jetzt nur mehr am Todestag. Morgen ist mein Todestag. 5. April. Ob sie mich nach Graz überführen? Da werden die Würmer in Graz eine Freude haben. Aber das geht mich nichts an. Darüber sollen sich die anderen den Kopf zerbrechen. Also was geht mich denn eigentlich an? Ja, die 160 Guten für den Ballert. Das ist alles. Weiter brauche ich keine Verfügungen zu treffen. Briefe schreiben? Wozu denn? An wen denn? Abschied nehmen? Ja, zum Teufel hinein, das ist doch deutlich genug, wenn man sich tot schießt. Dann merken es die anderen schon, dass man Abschied genommen hat. Wenn die Leute wüssten, wie egal mir die ganze Geschichte ist, möchten sie mich gar nicht bedauern. Ist ja nicht schade um mich. Und was habe ich denn vom ganzen Leben gehabt? Etwas hätte ich gern noch mitgemacht. Einen Krieg. Aber da hätte ich lang warten können. Und alles Übrige kenne ich. Ob so ein Mensch Steffi oder Kunigunde heißt, plötzlich gleich. Und die schönsten Operetten kenne ich auch. Und im Lohengrin bin ich zwölfmal drinnen gewesen. Und heute Abend war ich sogar bei einem Oratorium. Und ein Bäckermeister hat mich einen dummen Buben geheißen. Meiner Seele, es ist gerade genug. Und ich bin gar nicht mehr neugierig. Also, gehen wir nach Haus. Langsam. Ganz langsam. Eile habe ich ja wirklich keine. Noch ein paar Minuten ausruhen da im Prater. Auf einer Bank. Obdachlos. Ins Bett lege ich mich ja doch nicht mehr. Habe ja genug Zeit zum Ausschlafen. Ach, die Luft. Die wird mir abgehen. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Abai im September 2014 Ach, was ist denn? Hey, Johann, bringen Sie mir ein Glas frisches Wasser. Was ist? Wo, ja, träume ich denn? Mein Schädel. Oh, Donnerwetter. Fischermind. Ich bring die Augen nicht auf. Ich bin ja angezogen. Wo sieht sich denn? Heiliger Himmel, eingeschlafen bin ich. Wie habe ich denn nur schlafen können? Es dämmert ja schon. Wie lang habe ich denn geschlafen? Muss auf die Uhr schauen. Ich sehe nichts. Wo sind denn meine Zündhölzeln? Na, brennt eins an? Drei. Und ich soll mich um vier duellieren. Nein, nicht duellieren. Totschießen soll ich mich. Es ist ja gar nichts mit dem Duell. Ich muss mich totschießen, weil ein Bäckermeister mich einen dummen Buben genannt hat. Ja, wie ist das denn wirklich geschehen? Mir ist im Kopf so merkwürdig. Wie in einem Schraubstock ist mein Hals. Ich kann mich gar nicht rühren. Das rechte Bein ist eingeschlafen. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Ach, so ist es besser. Es wird schon lichter und die Luft ganz wie damals in der Früh, wie ich auf Vorposten war und im Wald kampiert habe. Das war ein anderes Aufwachen. Da war ein anderer Tag vor mir. Mir scheint, ich glaub's noch nicht recht. Da liegt die Straße. Grau. Leer. Ich bin jetzt sicher der einzige Mensch im Prater. Um vier Uhr früh war ich schon einmal herunten. Mit dem Pausinger. Geritten sind wir. Ich auf dem Pferd vom Hauptmann Mirovitsch und der Pausinger auf seinem eigenen Krampen. Das war im Mai, im vorigen Jahr. Da hat schon alles geblüht. Alles war grün. Jetzt ist's noch kahl. Aber der Frühling kommt bald. In ein paar Tagen ist er schon da. Maiglöckerln, Feigerln. Schaut, dass ich nichts mehr davon haben werd. Jeder Schubiak hat was davon und ich muss sterben. Es ist ein Elend. Und die anderen werden im Weingartel sitzen beim Nachtmahl, als wenn gar nichts gewesen wär. So wie wir alle im Weingartel gesessen sind noch am Abend nach dem Tag, wo sie den Lippei hinausgetragen haben. Und der Lippei war so beliebt. Sie haben ihn lieber gehabt als mich beim Regiment. Warum sollen sie denn nicht im Weingartel sitzen, wenn ich abkratz? Ganz warm ist es. Viel wärmer als gestern. Und so ein Duft. Es muss doch schon blühen. Ob die Steffi mir Blumen bringen wird? Aber fallt ihr ja gar nicht ein. Die wird grad hinausfahren. Ja, wenn's noch die Adele wär. Nein, die Adele. Mir scheint, seit zwei Jahren hab ich an die nicht mehr gedacht. Was die für Geschichten gemacht hat, wie's aus war. Mein Lebtag hab ich kein Frauenzimmer so weinen gesehen. Das war doch eigentlich das Hübscheste, was ich erlebt hab. So bescheiden, so anspruchslos, wie die war. Die hat mich gern gehabt. Da könnt' ich drauf schwören. War doch was ganz anderes als die Steffi. Ich möchte nur wissen, warum ich die aufgegeben hab. So eine Eselei. Zu fad ist es mir geworden. Ja, das war das Ganze. Zu jeden Abend mit ein und derselben ausgehen. Dann hab ich eine Angst gehabt, dass ich überhaupt nimmer loskomm. Eines solcher Raunzen. Na, Gustl, hätt's schon noch warten können. War doch die Einzige, die dich gern gehabt hat. Was sie jetzt macht? Na, was wird's machen? Jetzt wird's halt einen anderen haben. Freilich, das mit der Steffi ist bequemer. Wenn man nur gelegentlich engagiert ist und ein anderer hat die ganzen Unannehmlichkeiten und ich hab nur das Vergnügen. Ja, da kann man auch nicht verlangen, dass sie auf den Friedhof hinauskommt. Wer ging denn überhaupt mit, wenn er nicht müsst? Vielleicht der Kopetzki. Und dann wer Rest? Ist doch traurig, so gar niemanden zu haben. Aber so ein Unsinn. Der Papa und die Mama und die Klara. Ja, ich bin halt der Sohn, der Bruder. Aber was ist denn weiter zwischen uns? Gern haben sie mich ja. Ja, aber was wissen sie denn von mir? Dass ich meinen Dienst mach, dass ich Karten spiel und dass ich mit Menschen herumlaufe? Aber sonst? Dass mich manchmal selber vor mir graust, das hab ich ihnen ja doch nicht geschrieben. Na, mir scheint, ich hab's auch selber gar nicht recht gewusst. Ach was, kommst du jetzt mit solchen Sachen, Gustl? Fehlt nur noch, dass du zum Weinen anfängst. Pfui, Teufel. Ordentlich Schritt. So. Ob man zu einem Rendezvous geht oder auf Posten oder in die Schlacht. Wer hat das nur gesagt? Ah ja, der Major Lederer in der Kantine, wie man von dem Wingleder erzählt hat, der so blass geworden ist vor seinem ersten Duell und gespieben hat. Ja, ob man zu einem Rendezvous geht oder in den sicheren Tod. Am Gang und am Gesicht lässt sich das der richtige Offizier nicht anerkennen. Also, Gustl, der Major Lederer hat's gesagt. Ha! Immer Lichter. Man könnte schon lesen. Was pfeift denn da? Ah, drüben ist der Nordbahnhof. Die Tegethoffsäule. So lang hat sie noch nie ausgeschaut. Da drüben stehen Wagen. Aber nichts als Straßenkehrer auf der Straße. Meine letzten Straßenkehrer. Ich muss immer lachen, wenn ich dran denke. Das verstehe ich gar nicht. Ob das bei allen Leuten so ist, wenn sie es einmal ganz sicher wissen? Halb vier auf der Nordbahnuhr. Jetzt ist nur die Frage, ob ich mich um sieben nach Bahnzeit oder nach Wiener Zeit erschieße. Sieben. Ja, warum gerade sieben? Als wenn's gar nichts anderes sein könnte. Hunger hab ich. Meiner Seele, ich hab Hunger. Kein Wunder. Seit wann hab ich denn nichts gegessen? Seit... Seit gestern sechs Uhr abends im Kaffeehaus. Ja, wie mir der Kopetzki das Billett gegeben hat. Eine Melange und zwei Kipfel. Was der Bäckermeister sagen wird, wenn er sofort? Der verfluchte Hund. Ah, der wird wissen warum. Dem wird der Knopf aufgehen. Der wird drauf kommen, was es heißt. Offizier. So ein Kerl kann sich auf offener Straße prügeln lassen und es hat keine Folgen. Und unser einer wird unter vier Augen insultiert und ist ein toter Mann. Wenn sie so ein Verlott wenigstens schlagen möchte. Aber nein, da wäre er ja vorsichtiger. Da möchte er sowas nicht riskieren. Und der Kerl lebt weiter. Ruhig weiter. Während ich... ...krepieren muss. Der hat mich doch umgebracht. Ja, Gustl, merkst du was? Der ist es, der dich umbringt. Aber so glatt soll's ihm doch nicht ausgehen. Nein, nein, nein. Ich werd dem Kopetzki einen Brief schreiben, wo alles drin steht. Die ganze Geschichte schreib ich auf. Oder noch besser, ich schreib's dem Obersten. Ich mach eine Meldung ans Regimentskommando. Ganz wie eine dienstliche Meldung. Ja, Wort. Du glaubst, dass sowas geheim bleiben kann? Du irrst dich. Aufgeschrieben wird's zum ewigen Gedächtnis. Und dann möchte ich sehen, ob du dich noch ins Kaffeehaus traust. Ha! Das möchte ich sehen, ist gut. Ich möchte noch manches gern sehen. Wird nur leider nicht möglich sein. Aus is. Jetzt kommt der Johann in mein Zimmer. Jetzt merkt er, dass der Herr Leutnant nicht zu Hause geschlafen hat. Na, alles Mögliche wird er sich denken. Aber dass der Herr Leutnant im Prater übernachtet hat? Das meiner Seele. Das nicht. Ah, die Vierundvierziger. Zur Schießstätte marschieren's. Lassen wir sie vorübergehen. So, stellen wir uns da her. Da oben wird ein Fenster aufgemacht. Hübsche Person. Na, ich möchte mir wenigstens ein Tüchel umnehmen, wenn ich zum Fenster gehe. Vorigen Sonntag war's zum letzten Mal. Dass grad die Steffi die Letzte sein wird, hab ich mir nicht träumen lassen. Ach Gott, das ist doch das einzige reelle Vergnügen. Na ja, der Herr Oberst wird in zwei Stunden Nobel nachreiten. Die Herren haben's gut. Ja, ja, rechts g'schaut. Is schon gut. Wenn ihr wüsstet, wie ich auf euch pfeif. Ach, das ist nicht schlecht. Der Katzer. Seit wann ist denn der zu den Vierundvierzigern übersetzt? Servus, Servus. Was der für ein Gesicht macht. Warum deutet er denn auf seinen Kopf? Mein Lieber, dein Schädel interessiert mich sehr wenig. Ach so. Nein, mein Lieber, du irrst dich. Im Prater hab ich übernachtet. Ist schon heut im Abendblatt lesen. Nicht möglich, wird er sagen. Heut früh, wie wir zur Schießstätte ausgerückt sind, hab ich ihn noch auf der Praterstraße getroffen. Wer wird denn meinen Zug kriegen? Ob sie ihn dem Walterer geben werden? Na, da wird was Schönes herauskommen. Ein Kerl ohne Schneid, der hätte auch lieber Schuster werden sollen. Was, geht schon die Sonne auf? Das wird heute ein schöner Tag. So ein rechter Frühlingstag. Ist doch eigentlich zum Teufel holen. Der Komfortabelkutscher wird noch um acht in der Früh auf der Welt sein. Und ich? Na, was ist denn das? Hey, das wär so was. Noch im letzten Moment die Kontenanz verlieren wegen einem Komfortabelkutscher. Was ist denn das, dass ich auf einmal so ein blödes Herz klopfen krieg? Das wird doch nicht deswegen sein. Nein, oh nein, es ist, weil ich so lange nichts gegessen hab. Aber Gustl, sei doch aufrichtig mit dir selber. Angst hast du. Angst, weil du's noch nie probiert hast. Aber das hilft dir ja nichts. Die Angst hat noch keinem was geholfen. Jeder muss es einmal durchmachen. Der eine früher, der andere später. Und du kommst halt früher dran. Viel wert bist du ja nie gewesen. So benimm dich wenigstens anständig, zu guter Letzt. Das verlange ich von dir. So, jetzt heißt's nur überlegen. Aber was denn? Immer will ich mir was überlegen. Ist doch ganz einfach. Im Nachtkastelladl liegt er. Geladen ist er auch. Heißt's nur, losdrucken. Das wird doch keine Kunst sein. Die gehen schon ins Geschäft. Die armen Mädeln. Die Adele war auch in einem Geschäft. Ein paar Mal hab ich sie am Abend abgeholt. Wenn sie in einem Geschäft sind, werden sie doch keine solchen Menschen. Wenn die Steffi mir allein gehören möchte, ich ließ sie Modistin werden oder sowas. Wie wird sie es denn erfahren? Aus der Zeitung? Sie wird sich ärgern, dass ich es nicht geschrieben hab. Mir scheint, ich schnapp doch noch über. Was geht denn das mich an, ob sie sich ärgert? Wie lang hat denn die ganze Geschichte dauert? Seit Miener? Ah nein, es muss doch schon vor Weihnachten gewesen sein. Ich habe ja aus Graz Zucker mitgebracht und zu Neujahr hat sie mir ein Brieffeld geschickt. Richtig, die Briefe, die ich zu Hause hab, sind keine da, die ich verbrennen sollt? Hm, der vom Fallsteiner. Wenn man den Brief findet, der Bursch könnte Unannehmlichkeiten haben. Was mir das schon aufliegt? Na, es ist ja keine große Anstrengung. Aber hervorsuchen kann ich den Wisch nicht. Hm, das Beste ist, ich verbrenne alles zusammen. Wer braucht's denn? Ist lauter Makulatur. Und meine paar Bücher könnte ich dem Planifer machen. Durch Nacht und Eis. Schad, dass ich's nimmer auslesen kann. Bin wenig zum Lesen gekommen in der letzten Zeit. Orgel. Ah, aus der Kirche. Frühmesse. Bin schon lang bei keiner gewesen. Das letzte Mal im Februar, wie mein Zug dazu kommandiert war. Aber das galt nix. Ich hab auf meine Leute aufgepasst, ob sie andächtig sind und sich ordentlich benehmen. Möchte in die Kirche hineingehen. Am Ende ist doch was dran. Na, heute noch Tisch, werd ich's schon genau wissen. Ah, nachtisch. Ist sehr gut. Also was ist's? Soll ich hineingehen? Ich glaub, der Mama wär's ein Trost, wenn sie das wüsst. Die Klara gibt weniger drauf. Na, gehen wir hinein. Schaden kann's ja nicht. Orgel. Gesang. Hm. Was ist denn das? Mir ist ganz schwindlig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte einen Menschen haben, mit dem ich ein Wort reden könnte vorher. Das wär so was. Zur Beicht gehen. Der möchte Augen machen, der Pfaff, wenn ich zum Schluss sagen möchte. Habe die Ehre hochwürden. Jetzt geh ich mich umbringen. Am liebsten lege ich da auf dem Steinboden und tät heulen. Ach nein, das darf man nicht tun. Aber weinen tut manchmal so gut. Setzen wir uns einen Moment. Aber nicht wieder einschlafen wie im Prater. Die Leute, die eine Religion haben, sind doch besser dran. Na, jetzt fangen mir gar die Hände zu zittern an. Wenn's so weitergeht, werde ich mir selber auf's Letzt so ekelhaft, dass ich mich für lauter Schand umbring. Das alte Weib da. Um was betet denn die noch? Wär eine Idee, wenn ich ihr sagen möchte. Sie, schließen Sie mich auch ein. Ich hab das nicht ordentlich gelernt, wie man das macht. Ha, mir scheint, das Sterben macht blöd. Aufstehen. Woran erinnert mich nur die Melodie? Heiliger Himmel, gestern Abend. Fort, fort, das halte ich gar nicht aus. Psst, keinen solchen Lärm, nicht mit dem Säbel scheppern, die Leute nicht in der Andacht stören. So, doch besser im Freien. Licht. Ah, es kommt immer näher, wenn es lieber schon vorbei wär. Ich hätt's gleich tun sollen, im Prater. Man sollt nie ohne Revolver ausgehen. Hätt ich gestern Abend einen gehabt. Herrgott noch einmal. In das Kaffeehaus könnte ich gehen frühstücken. Hunger hab ich. Früher ist's mir immer sonderbar vorgekommen, dass die Leute verurteilt sind, in der Früh noch einen Kaffee trinken und ihr Zigarren rauchen. Donnerwetter, geraucht hab ich gar nicht. Gar keine Lust zum Rauchen. Es ist komisch, ich hätt Lust, in mein Kaffeehaus zu gehen. Ja, aufgesperrt ist's schon, und von uns ist jetzt doch keiner dort. Und wenn schon. Ist höchstens ein Zeichen von Kaltblütigkeit. Um sechs hat er noch im Kaffeehaus gefrühstückt, und um sieben hat er sich erschossen. Ganz ruhig bin ich wieder. Das Gehen ist so angenehm. Und das Schönste ist, dass mich keiner zwingt. Wenn ich wollt, könnte ich noch immer den ganzen Krempel hinschmeißen. Amerika. Was ist das? Krempel. Was ist ein Krempel? Mir scheint ich auf den Sonnenstich. Oho, bin ich vielleicht deshalb so ruhig, weil ich mir noch immer ein Bild, ich muss nicht? Ich muss, ich muss, nein, ich will. Kannst du dir denn überhaupt vorstellen, Gustl, dass du dir die Uniform ausziehst und durchgehst? Und der verfluchte Hund lacht sich den Buckel voll, und der Kopetzki selbst möchte nicht mehr die Hand geben? Mir kommt vor, ich bin jetzt ganz rot geworden. Der Wachmann salutiert mir. Ich muss danken. Servus. Jetzt habe ich gar Servus gesagt. Das freut seinen armen Teufel immer. Na, über mich hat sich keiner zu beklagen gehabt. Außer Dienst war ich immer gemütlich. Wie wir auf Manöver waren, habe ich den Chargen von der Kompanie Britannikas geschenkt. Einmal habe ich gehört, wie ein Mann hinter mir bei den Gewehrgriffen was von verfluchter Rakerei gesagt hat. Und ich habe ihn nicht zum Rapport geschickt. Ich habe ihm nur gesagt, Sie, passen's auf, das könnte mal wer anderer hören. Da ging's ihnen schlecht. Der Burghof. Wer ist denn heute auf Wach? Hm, die Bosniaken. Schauen gut aus. Der Oberstleutnant hat neulich gesagt, wie wir im 78er Jahr unten waren, hätte keiner geglaubt, dass uns die einmal so parieren werden. Herrgott, bei sowas hätte ich dabei sein mögen. Da stehen's alle auf von der Bank. Servus. Servus. Das ist halt zuwider, dass uns Rainer nicht dazu kommt. Wäre doch schöner gewesen, auf dem Feld der Ehre, fürs Vaterland, als so. Ja, Herr Doktor, Sie kommen eigentlich gut weg. Ob das nicht einer für mich übernehmen könnte? Meiner Seele, das sollte ich hinterlassen, dass sich der Kopetzki oder der Wimmetal an meiner Stadt mit dem Kerl schlagen. Ach, so leicht soll der doch nicht davon kommen. Ach was, ist es nicht egal, was nachher geschieht? Ich erfahr's ja doch nimmer. Da schlagen die Bäume aus. Im Volksgarten hab ich einmal eine angesprochen. Ein rotes Kleid hat sie angehabt. In der Strotzigasse hat sie gewohnt. Nachher hat sie der Rochlitz übernommen. Mir scheint, er hat sie noch immer, aber er rett nichts mehr davon. Er schämt sich vielleicht. Jetzt schlaft die Steffi noch. So lieb sieht sie aus, wenn sie schlaft, als wenn sie nicht bis fünf zählen könnte. Na, wenn sie schlafen, schauen sie alle so aus. Ich sollte doch noch ein Wort schreiben. Warum denn nicht? Es tut's ja doch ein jeder, dass er vorher noch Briefe schreibt. Auch der Klara sollte ich schreiben, dass sie den Papa und die Mama tröstet. Und was man halt so schreibt. Und dem Kopetzki doch auch. Meiner Seele, mir kommt vor, es wär viel leichter, wenn man ein paar Leuten Adieu gesagt hätt. Und die Anzeige an das Regimentskommando. Und die 160 Gulden für den Ballert. Eigentlich noch viel zu tun. Na, es hat's mir ja keiner geschafft, dass ich's um sieben tue. Von acht an ist noch immer Zeit genug zum Tod sein. Tod sein. Ja, so heißt's. Da kann man nichts machen. Ringstraße. Jetzt bin ich ja bald in meinem Kaffeehaus. Mir scheint gar, ich freue mich aufs Frühstück. Es ist nicht zum Glauben. Ja, nach dem Frühstück zünde ich mir eine Zigarre an und dann gehe ich nach Haus und schreibe. Ja, vor allem mache ich die Anzeige ans Kommando. Dann kommt der Brief an die Klara. Dann an den Kopetzki. Dann an die Steffi. Was soll ich denn dem Luder schreiben? Mein liebes Kind, du hast wohl nicht gedacht? Ach was, Unsinn. Mein liebes Kind, ich danke dir sehr. Mein liebes Kind, bevor ich von hinnen gehe, will ich es nicht verabsäumen. Brief schreiben war auch nie meine starke Seite. Mein liebes Kind, ein letztes Lebewohl von deinem Gustl. Die Augen, die sie machen wird, ist doch ein Glück, dass ich nicht in sie verliebt war. Das muss traurig sein, wenn man eine gern hat und so. Na, Gustl, sei gut, so ist es auch traurig genug. Nach der Steffi wäre ja noch manche andere gekommen und am Ende auch eine, die was wert ist. Junges Mädel, aus guter Familie, mit Kaution. Es wäre ganz schön gewesen. Der Klara muss ich ausführlich schreiben, dass ich nicht habe anders können. Du musst mir verzeihen, liebe Schwester, und bitte tröste auch die lieben Eltern. Ich weiß, dass ich euch allen manche Sorge gemacht habe und manchen Schmerz bereitet, aber glaube mir, ich habe euch alle immer sehr lieb gehabt und ich hoffe, du wirst noch einmal glücklich werden, meine liebe Klara, und deinen unglücklichen Bruder nicht ganz vergessen. Ach, ich schreibe lieber gar nicht. Nein, da wird mir zum Weinen. Es beißt mich ja schon in den Augen, wenn ich dran denke. Höchstens dem Kopfen, Petzki, schreibe ich. Ein kameradschaftliches Lebewohl und er soll's den anderen ausrichten. Ist es schon sechs? Ah, nein, halb. Ah, drei Viertel. Ist das ein Liebesgesichtl? Der kleine Fratz mit den schwarzen Augen, den ich so oft in der Florianigasse treff. Was die sagen wird? Aber die weiß ja gar nicht, wer ich bin. Die wird sich nur wundern, dass sie mich nimmer sieht. Vorgestern habe ich mir vorgenommen, das nächste Mal spreche ich sie an. Kokettiert hat sie genug. So jung war die, am Ende war die gar noch eine Unschuld. Tja, Gustl, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Der da hat sicher auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Na, jetzt wird er schön noch rausgehen und sich niederlegen. Ich auch. Jetzt wird's ernst, Gustl, ja? Na, wenn nicht einmal das bissl grausen wäre, so wäre ja schon gar nichts dran. Und im Ganzen, ich muss schon selber sagen, halte ich mich brav. Ach, wohin denn noch? Da ist ja schon mein Kaffeehaus. Auskehren tun sie auch. Na, gehen wir hinein. Da hinten ist der Tisch, wo die immer Tarok spielen. Merkwürdig. Ich kann mir's gar nicht vorstellen, dass der Kerl, der immer da hinten sitzt, an der Wand, dasselbe sein soll, der mich... Kein Mensch ist noch da. Wo ist denn der Kellner? Hey! Da kommt er aus der Küche. Er schläft schnell in den Frack hinein. Ist wirklich nimmer notwendig. Ach, für ihn schon. Er muss heute noch andere Leute bedienen. Habe die Ehre, Herr Leutnant. Guten Morgen. So früh heute, Herr Leutnant. Lass uns nur, ich hab nicht viel Zeit. Ich kann mit dem Mantel da sitzen. Was befehlen, Herr Leutnant? Eine Melange mit Haut. Bitte gleich, Herr Leutnant. Ach, da liegen ja Zeitungen. Schon heutige Zeitungen? Ob was drin steht? Was denn? Mir scheint, ich will nachsehen, ob drin steht, dass ich mich umgebracht hab. Warum stehe ich denn noch immer? Setzen wir uns da zum Fenster. Er hat mir ja schon die Melange hingestellt. So, den Vorhang ziehe ich zu. Es ist mir zuwider, wenn die Leute hereingucken. Es geht zwar noch keiner vorüber. Gut schmeckt der Kaffee. Doch kein leerer Wahn, das Frühstücken. Ach, ein ganz anderer Mensch wird man. Der ganze Blödsinn ist, dass ich nicht genachtmalt hab. Was steht denn der Kerl schon wieder da? Ach, die Semmeln hat er mir gebracht. Haben Herr Leutnant schon gehört? Was denn? Ja, um Gottes Willen, weiß der schon was. Aber Unsinn, es ist ja nicht möglich. Den Herrn Habezwalner, was? So heißt er, der Bäckermeister. Was wird der jetzt sagen? Ist er am Ende schon da gewesen? Ist er am Ende gestern schon da gewesen und hat erzählt? Warum redet er denn nicht weiter? Aber er redet ja. Hat heute Nacht um zwölf der Schlag getroffen. Was? Ich darf nicht so schreien. Nein, ich darf mir nichts anmerken lassen. Aber vielleicht träum ich. Ich muss ihn noch einmal fragen. Wen hat der Schlag getroffen? Famos, Famos, ganz harmlos, hab ich das gesagt. Den Bäckermeister, Herr Leutnant. Herr Leutnant, werden ihn ja kennen. Na, den Dicken, der jeden Nachmittag neben die Herren Offiziere seine Tarokpartie hat. Mit den Herrn Schlesinger und den Herrn Wasner von der Kunstblumenhandlung vis-à-vis. Ich bin ganz wach. Stimmt alles. Und doch kann ich's noch nicht recht glauben. Ich muss ihn noch einmal fragen. Aber ganz harmlos. Der Schlag hat ihn getroffen? Ja, wieso denn? Woher wissen's denn das? Aber Herr Leutnant, wer soll's denn früher wissen als unser, Rainer? Die Semmel, die der Herr Leutnant da essen, ist ja auch vom Herrn Habetzwalner. Der Bub, der uns das Gebäck um halber Fünfe in der Früh bringt, hat's uns erzählt. Um Himmels Willen, ich darf mich nicht verraten. Ich möchte ja schreien. Ich möchte ja lachen. Ich möchte dem Rudolf ein Bussl geben. Aber ich muss ihn noch was fragen. Vom Schlag getroffen werden heißt noch nicht tot sein. Ich muss fragen, ob er tot ist. Aber ganz ruhig, denn was geht mich der Bäckermeister an? Ich muss in die Zeitung schauen, während ich den Kellner frag. Ist er tot? Na, freilich, Herr Leutnant, auf dem Fleck ist er tot geblieben. Oh, herrlich, herrlich! Am Ende ist es alles, weil ich in der Kirchen gewesen bin. Er ist am Abend im Theater gewesen. Auf der Stiegen ist er umgefallen. Der Hausmeister hat den Krach gehört. Na, und dann haben sie ihn in die Wohnung getragen und wie der Doktor gekommen ist, war es schon lang aus. Ist aber traurig. Er war doch noch in den besten Jahren. Das habe ich jetzt vermus gesagt. Kein Mensch könnte mir was anmerken. Und ich muss mich wirklich zurückhalten, dass ich nicht schreie oder aufs Billard spring. Ja, Herr Leutnant, sehr traurig. War ein so lieber Herr und 20 Jahre ist er schon zu uns gekommen. War ein guter Freund von unserem Herrn. und die arme Frau Ich glaube, so froh bin ich in meinem ganzen Leben nicht gewesen. Tod ist er. Tod ist er. Keiner weiß was und nichts ist geschehen. Und das Mordsglück, dass ich in das Caféhaus gegangen bin, sonst hätte ich mich ja ganz umsonst erschossen. Es ist doch wie eine Fügung des Schicksals. Wo ist denn der Rudolf? Ach, mit dem Feuerburschenretter. Also, tot ist er. Tod ist er. Ich kann's noch gar nicht glauben. Am liebsten möchte ich hingehen, um's zu sehen. Am Ende hat ihn der Schlag getroffen als Wut, aus verhaltenem Zorn. Ach, warum, ist mir ganz egal. Die Hauptsache ist, er ist tot und ich darf leben und alles gehört wieder mein. Komisch, wie ich mir da immerfort die Semmel einbrock, die mir der Herr Habetzwalner gebacken hat. Schmeckt mir ganz gut, Herr von Habetzwalner. Famos. So, jetzt möchte ich noch ein Zigal rauchen. Rudolf, Sie, Rudolf, Sie, lassen Sie mir den Feuerburschen dort in Ruhe. Bitte, Herr Leutnant. Trabuco. Ich bin so froh, so froh. Was mach ich denn nur? Was mach ich denn nur? Es muss ja was geschehen, sonst trifft mich auch noch der Schlag vor lauter Freude. In einer Viertelstunde geh ich hinüber in die Kasernen und lass mich vom Johann kalt abreiben. Um halb acht sind die Gewehrgriff und um halb zehn ist Exerzieren. Und der Steffi schreibt, sie muss ich für heute Abend frei machen und wenn's Graz gibt. Und Nachmittag um vier? Na, wart, mein Lieber, wart, mein Lieber, ich bin graut gut aufgelegt. Dich hau jetzt Kränfleisch. Reichenau, 13. bis 17. Juli 1900 Ende von Abschnitt 3 Ende von Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler Danke fürs Zuhören. Da hab ich's ja. Aber wenn ich die Brieftasche herausnehme, frisst mich der Kerl daneben auf. Ich weiß ja, was drin steht. Sie kann nicht kommen, weil sie mit ihm Nachtmalen gehen muss. Das war komisch vor acht Tagen, wie sie mit ihm in der Gartenbaugesellschaft gewesen ist und ich vis-à-vis mit dem Kopetzki und sie hat mir immer die Zeichen gemacht mit den Augerln und die Verabredeten. Er hat nichts gemerkt. Unglaublich. Muss übrigens ein Jud sein. Freilich, in einer Bank ist er und der schwarze Schnurrbart. Reserveleutnant soll er auch sein. Na, in mein Regiment sollte er nicht zur Waffenübung kommen. Überhaupt, dass sie immer noch so viel Juden zu Offizieren machen. Da pfeife ich auf den ganzen Antisemitismus. Neulich in der Gesellschaft, wo die Geschichte mit dem Doktor passiert ist, bei den Mannheimers. Die Mannheimer selber sollen ja auch Juden sein. Getauft, natürlich. Denen merkt man es aber gar nicht an. Besonders die Frau, so blond, bildhübsch, die Figur. War sehr amüsant im Ganzen. Famoses Essen, großartige Zigarren. Naja, wer hat's Geld? Bravo, bravo! Jetzt wird's doch bald aus sein. Ja, jetzt steht die ganze Gesellschaft da droben auf. Sieht sehr gut aus. Imposant. Orgel auch. Orgel hab ich sehr gern. So, das lass ich mir gefallen. Sehr schön. Es ist wirklich warm. Man sollte öfter in Konzerte gehen. Wunderschön ist's gewesen, werde ich dem Kopetzki sagen. Werde ich in Hohen. Abschnitt 1 von Leutnant Gustl. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Abai im September 2014 Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler Abschnitt 1 Ach, wie lang wird denn das noch dauern? Ich muss auf die Uhr schauen. Schickt sich wahrscheinlich nicht in einem so ernsten Konzert. Aber wer sieht's denn? Wenn's einer sieht, so passt er gerade so wenig auf wie ich und vor dem brauch ich mich nicht zu genieren. Erst Viertel auf zehn? Mir kommt vor, ich sit schon drei Stunden in dem Konzert. Ich bin's halt nicht gewohnt. Was ist es denn eigentlich? Ich muss das Programm anschauen. Ja, richtig. Oratorium. Ich hab gemeint Messe. Solche Sachen gehören doch nur in die Kirche. Die Kirche hat auch das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann. Wenn ich wenigstens einen Exiz hätte. Also, Geduld, Geduld, auch Oratorien nehmen ein End. Vielleicht ist es sehr schön und ich bin nur nicht in der Laune. Woher sollte mir auch die Laune kommen? Wenn ich denke, dass ich hergekommen bin, um mich zu zerstreuen? Hätte ich die Karte lieber dem Benedikt geschenkt. Dem machen solche Sachen Spaß. Er spielt ja selber Violine. Aber der Werder Kopetzki beleidigt. Wollte ein Kaffeehaus treffen? Ich hab gar keine Lust, ins Kaffeehaus zu gehen. Hab mich gestern so gegiftet. 160 Gulden auf einem Sitz verspielt. Zu dumm. Und wer hat alles gewonnen? Der Ballert. Gerade der, der es nicht notwendig hat. Der Ballert ist eigentlich schuld, dass ich in das blöde Konzert hab gehen müssen. Na ja, sonst hätte ich heute wieder spielen können. Vielleicht doch was zurückgewonnen. Aber es ist ganz gut, dass ich mir selber das Ehrenwort gegeben hab, einen Monat lang keine Karte anzurühren. Die Mama wird wieder ein Gesicht machen, wenn sie meinen Brief bekommt. Ach, sie soll zum Onkel gehen. Der hat Geld wie Mist. Auf die paar hundert Gulden kommt's ihm nicht an. Wenn ich's nur durchsetzen könnte, dass er mir eine regelmäßige Sustentation gibt. Aber nein, um jeden Kreuzer muss man extra betteln. Dann heißt's wieder, im vorigen Jahr war die Ernte schlecht. Ob ich heuer im Sommer wieder zum Onkel fahren soll auf 14 Tag? Eigentlich langweilt man sich dort zum Sterben. Wenn ich die... Ah, wie hat sie nur geheißen? Ja, es ist merkwürdig. Ich kann mir keinen Namen merken. Ach ja, Etelka. Kein Wort Deutsch hat sie verstanden. Das war auch nicht notwendig. Hab gar nichts zu reden brauchen. Ja, es wird ganz gut sein. 14 Tage Landluft und 14 Nächte Etelka oder sonst wer. Aber 8 Tage sollte ich doch auch wieder beim Papa und bei der Mama sein. Schlecht, hat sie ausgesehen heuer zu Weihnachten. Na, jetzt wird die... In welcher Gegend die Schwester von Kopetzki steht? Ob ich sie erkennen möchte? Ich hab sie ja nur zwei- oder dreimal gesehen, das letzte Mal im Offizierscasino. Ob das lauter anständige Mädel sind? Alle 100? Oje. Unter Mitwirkung des Singvereins. Singverein. Komisch. Ich hab mir darunter eigentlich immer sowas ähnliches vorgestellt wie die Wiener Tanzsängerinnen. Na, das heißt, ich hab schon gewusst, dass es was anderes ist. Schöne Erinnerungen. Damals beim grünen Tor. Wie hat sie nur geheißen? Und dann hat sie mir einmal eine Ansichtskarte aus Belgrad geschickt. Auch eine schöne Gegend. Der Kopetzki hat's gut, der sitzt jetzt längst im Wirtshaus und raucht seine Virginia. Was guckt mich der Kerl dort immer an? Mir scheint er merkt, dass ich mich langweile und nicht herköre. Ich möchte Ihnen raten, ein etwas weniger freches Gesicht zu machen, sonst stell ich sie mir nachher im Foyer. Ah, schaut schon weg. Dass sie alle vor meinem Blick so eine Angst haben. Du hast die schönsten Augen, die mir je vorgekommen sind, hat neulich die Steffi gesagt. Oh, Steffi, Steffi, Steffi. Die Steffi ist eigentlich schuld, dass ich da sitze und mir stundenlang vorlamentieren lassen muss. Ach, diese ewige Abschreiberei von der Steffi geht mir wirklich schon auf die Nerven. Wie schön hätte heutiger Abend sein können. Ich hätte große Lust, das Briefjahr von der Steffi zu lesen. Wesen. Ich war ja sehr lieb von ihm, wenigstens gut gemeint. Ein braver Kerl, der Kopetzki, der einzige, auf den man sich verlassen kann. Seine Schwester singte mit unter denen da oben. Mindestens 100 Jungfrauen, alle schwarz gekleidet. Wie soll ich sie da herausfinden? Weil sie mitsingt, hat er auch das Billett gehabt, der Kopetzki. Warum ist er denn nicht selber gegangen? Sie singen übrigens sehr schön. Es ist sehr erhebend, sicher. Bravo, bravo! Ja, applaudieren wir mit. Der neben mir klatscht wie verrückt. Ob's ihm wirklich so gut gefällt? Ah, das Mädel drüben in der Loge ist sehr hübsch. Sieht sie mich an oder den Herrn dort mit dem blonden Vollbart? Ah, ein Solo. Wer ist das? Alt Fräulein Walker, Sopran Fräulein Michalek. Das ist wahrscheinlich Sopran. Lang war ich schon nicht in der Oper. In der Oper unterhalte ich mich immer, auch wenn's langweilig ist. Übermorgen könnte ich eigentlich wieder hineingehen, zur Traviata. Ja, übermorgen bin ich vielleicht schon eine tote Leiche. Ach, Unsinn, das glaube ich selber nicht. Warten's nur, Herr Doktor, Ihnen wird's vergehen, solche Bemerkungen zu machen. Das Nasenspitzel hau ich Ihnen herunter. Wenn ich die in der Loge nur genau sehen könnt. Ich möcht mir den Operngucker von dem Herrn neben mir ausleihen, aber der frisst mich ja auf, wenn ich ihn in seiner Andacht störe.